Thailand Xhaka, der FC Basel ist jetzt sicher die bessere Mannschaft gewesen, die zwingenden Goalchancen sind aber ausgeblieben. Dann kommt am Schluss ein 0 zu 0 raus. Hast du den Match hast du erlebt auf dem Feld? Absolut, wir sind klar die bessere Mannschaft gewesen, mehr Ballbesitz gehabt. Auch die Chancen, die wir hatten, hatten wir auch mehr als Zürich natürlich. Wir sind zu 11 Uhr dahinter gestanden, bevor sie zu Hause gespielt haben. Und wie gesagt, jetzt müssen wir vorwärts schauen gegen Moskau und dann kommt IBE. Wie gross ist bei dir persönlich eine Enttäuschung? Das wird dann mehr als ein Punkt rausgeschaut? Ja, wir haben eine gute Leistung gesagt, jeder hat gekämpft, wir sind gut am Ball gesehen. Die Enttäuschung ist nicht so gross, aber wie gesagt, ich hätte natürlich gerne drei Punkte mit Heim genommen. Du hast gesagt, man hat gerne drei Punkte mit Heim genommen, auch im Hibblick auf die Aufholjagd, auf den ersten Platz. Was hat das Resultat jetzt für Auswirkungen auf die Aufholjagd? Ich glaube gar nicht, es ist immer noch zu früh zu sagen und wenn wir so weiterspielen, dann sieht das gut aus und dann werden wir auch sicher den ersten Platz übernehmen. Wie macht man das vielleicht auch in Zukunft, wenn man wieder auf so eine Gegner trifft, die so tief stehen, damit man in den letzten 20 Metern doch zum Abschluss kommt und so nennenswerter Goalchancen? Ja, es macht es immer sehr schwierig natürlich und vielleicht müssen wir noch versuchen, besser über die Flügel kommen, mehr Flanke reinzuschlagen und dann einfach eine bessere Präsenz im 16 und so haben. Ja, vielleicht müssen wir nachher unsere Sachen schaffen, dass wir vielleicht in so einem Spiel einfach mal einen reindrücken. Was sind denn das für Sachen, die du ansprichst? Ja, vielleicht mal ein Pass, zwei Pässe zu viel, die wir zwischendurch machen, anstatt mal einfach mal auf das Goal schiessen, weil wenn man nicht schiesst, dann kann man eigentlich ein Goal schiessen. Das ist einfach etwas, was mich im ersten Absicht gestört hat, wo wir vielleicht einfach mal abdrücken können und weil wir manchmal das Goalschuhl machen und das ist, das ist nicht immer relevant im Fussball. Vor allem hat es auch gesehen, wir haben gewusst, dass etwas eigentlich Spiel wird wie gegen Zürich, zu Hause und dort haben wir den Ball irgendwie reinwirken und so ein Spiel braucht es manchmal. Es kann nicht immer so schön laufen, wie wie gegen Lugano, wo einfach jeder Schuss rein geht, sondern es muss einfach einmal reingewirkt sein und ja, darum müssen wir das ein wenig verbessern. Es war ein Match mit Emotionen. In der Pause hast du mit Marek Suchi geredet. Was hat er euch gegenseitig gesagt? Ja, wir haben es angesprochen, was wir vielleicht verbessern müssen oder die einzelnen Situationen, dass wir besser gegen Führer spielen müssen, dass wir mehr Verantwortung in den entscheidenden Aktionen tragen. Und was er noch einmal gesagt hat, er hat gesagt, sicher ist es so und dass Emotionen sind im Sonnenspiel und in einer Halbzeit, das ist verständlich und es darf auch nicht negativ aufgefasst werden, also im Gegenteil positiv und es ist manchmal zwischendurch. Wir haben Spieler, die ruhiger sind, wir haben Spieler, die emotionaler sind wie ich und das gilt es einfach manchmal nicht negativ nehmen und da bin ich sicher, dass Marek das auch nicht negativ aufgenommen hat. Und dann sind wir nun mal die Rang stellen. Vierge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020